Skandal. In den jüngsten Entwicklungen des Cum-Ex-Skandals sind aufschlussreiche E-Mails öffentlich geworden, die ihren Ursprung im Büro von Bundeskanzler Olaf Scholz haben. Diese neu entdeckten Dokumente könnten signifikante negative Auswirkungen für Scholz haben, da sie die Glaubwürdigkeit seiner vorherigen Erklärungen und Darlegungen stark in Zweifel ziehen. Dieser Cum-Ex-Skandal ist einer der massivsten Steuervergehen in der deutschen Geschichte, in dessen Brennpunkt die illegalen Aktivitäten der Warburg Bank unter der Leitung des ehemaligen CEOs Christian Olearius von 2006 bis 2011 stehen. Diese Geschäfte in Verbindung mit Dividenden haben dem deutschen Steuerzahler beträchtlichen finanziellen Schaden zugefügt. Olaf Scholz, der zur relevanten Zeit als Bürgermeister von Hamburg tätig war, scheint in diesem Skandal eine nicht zu unterschätzende Rolle gespielt zu haben. Obwohl er die Existenz eines bestimmten Treffens mit Olearius bestritten hat, haben investigative Journalisten herausgefunden, dass ein solches Treffen im Jahr 2017 doch stattgefunden hat. Interessanterweise war dieses Treffen ursprünglich im Terminplan von Scholz vermerkt, wurde jedoch später daraus entfernt. Die genauen Gründe für dieses Verschwinden bleiben ungewiss, aber es wird spekuliert, dass dies zur Verschleierung von Spuren diente. Am kritischsten sind jetzt die E-Mails, die zwischen Wolfgang Schmidt, dem Staatssekretär von Scholz und der Büroleiterin von Scholz ausgetauscht wurden. In diesen Kommunikationen wird klar, dass ein Treffen mit Olearius ursprünglich im Terminplaner von Scholz stand, aber später verschwand. Das wirft erhebliche Fragen auf, ob diese Information absichtlich eliminiert oder modifiziert wurde. Die Verwicklung von Olaf Scholz im Cum-Ex-Skandal wirft ernsthafte Fragen nicht nur zu seiner Integrität und Glaubwürdigkeit auf, sondern auch zu seiner Fähigkeit, in einer transparenten und ehrlichen Weise mit der deutschen Öffentlichkeit zu kommunizieren. Wenn ein hochrangiger Politiker wie der Bundeskanzler entweder Gedächtnislücken hat oder widersprüchliche Angaben macht, dann ist es unvermeidlich, ernsthafte Fragen bezüglich möglicher vorsätzlicher Irreführungen zu stellen. Diese neuesten Enthüllungen werfen zweifellos zahlreiche Fragen auf und könnten Scholz in ernste Schwierigkeiten bringen. Sie beleuchten die komplizierte Struktur des Skandals und wie hochrangige politische Persönlichkeiten in solche Affären verstrickt sein könnten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Gesamtsituation weiterentwickeln wird und ob Olaf Scholz für sein Verhalten zur Rechenschaft gezogen wird.